Es gibt manche Tiere, die sind so niedlich, dass man sich wundert, warum man sie so selten sieht. Zum Beispiel den Baby Ameisenigel. Dieses Exemplar hier hat im Taronga Zoo in Sydney eine vorläufige Heimat gefunden. Es wird dort aufgepäppelt, nachdem es im heimischen Garten von Hühnern angegriffen und verletzt wurde. Ganz offensichtlich geht es dem kleinen Ameisenigel schon besser. Wollen wir hoffen, dass das süße Tierchen wieder vollständig auf die Beine kommt.